In den heutigen Vivi-News schauen wir uns die Drop-Details an für den kommenden Rabbids-Ubisoft-NFT-Drop. Außerdem ergibt ein Disney-Mitarbeiter hier interessante Insights zu den Gold Moments, die mich persönlich extrem bullisch stimmen. Unter anderem meldet Sony ein extrem wichtiges und interessantes Patent an, was auch für Vivi relevant sein könnte. Darauf gehen wir auf jeden Fall ein. Außerdem gehen wir noch auf den Omi-Token ein und auf eine Umfrage, die ich auf Twitter gemacht habe und auf jeden Fall hier relativ interessant ist. Das war sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi-UG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge News mit dabei, bzw. mit einer Menge Content, bzw. Gesprächsstoff. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Starten tun wir an dieser Stelle mit den Drop-Details für den kommenden Rabbids-Ubisoft-NFT-Drop. Und ja, insgesamt bekommen wir hier, wie gesagt, vier Collectibles. Das Ganze wie immer im Blindbox-Format und der ganze Drop wird heute am 25. März um 16 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Erst morgen ist die Zeitumstellung, deswegen heute noch 16 Uhr. Ganz wichtig an dieser Stelle. Wenn ihr noch ein Collectible Breakdown wollt, dann findet ihr den auf jeden Fall hier unter dem Video. Ich werde es euch einmal verlinken. Einmal zusammengefasst von Vivi das Wichtigste. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall als Uncommon Inia einmal mit 20 Gems pro Blindbox, was ich persönlich einen super Preis finde. Und auch die Edition-Zahlen sind hier wirklich phänomenal. 1000 Stück als Uncommon, die Rarität und natürlich eine First Appearance. Dann bekommen wir hier einmal die Rare, den Skating Rabbit, mit einer Edition-Zahl von 806 Gems. Und ja, First Appearance natürlich Listenpreis 20 Gems. Ansonsten haben wir dann noch die Ultra Rare hier einmal mit dabei. Edition-Zahl 606 Stück. Ultra Rare, wie schon erwähnt und First Appearance. Anschließend haben wir dann hier noch die Secret Rare und die wird insgesamt noch 406 Editions haben. Und meiner Meinung nach wirklich ein sehr gelungener Drop von den Drop-Details. Denn es ist wirklich optimal, meiner Meinung nach jedenfalls angepasst an die momentane Marktsituation. Ansonsten gehen wir auf ein Video ein, was hier gepostet wurde. Und das ist tatsächlich von einem Disney-Mitarbeiter. Und der gute Mann heißt John Rogers. Und er hat hier etwas sehr Interessantes zu dem Thema Golden Moments gesagt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das ganze Video einmal ganz kurz an. Well, according to Disney and Vivi, it was worth 50 bucks. So for those of you at Vivi, on the Vivi platform who collected these, hold them. Hold, hold. You got, you got at Disney's mistake, you got the golden ticket, right? Take that elevator into the sky and go. Because those are going to be worth a fortune. Disney did not appreciate the superlative value of the first Mickey Mouse NFT, the first Darth Vader NFT, the first R2-D2 NFT. They did not appreciate what they were giving away when they did that deal. For what? You get a 10 month of free Disney Plus for that? Und ich werde das natürlich nochmal ganz kurz hier grob übersetzen für euch. Für diejenigen, die ja im Englischen nicht so ganz gut sind. Und ich denke, man hat es mit dem einen oder anderen Punkt mal kurz rausgehört. Er hat gesagt, hold, hold, hold. Und das heißt, im Großen und Ganzen hat er gesagt, wir haben hier mit diesen Golden Moments ein goldenes Ticket. Und dass Disney das total unterschätzt, was sie hier eigentlich rausgebracht haben. Für was für einen günstigen Preis und so weiter und so fort. Also für jeden, der Golden Moments hält, der ist ja auf jeden Fall gut dabei. Laut ihm, wie gesagt, ist das ein goldenes Ticket. Für mich persönlich nur nochmal eine Bestätigung. Dass man auf jeden Fall, wenn man Golden Moments kauft, gar nicht so falsch fährt. Ich persönlich werde auf jeden Fall auch in Zukunft noch weitere Golden Moments dazu kaufen. Und du kannst mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare schreiben, was du momentan machst, beziehungsweise wie viele Golden Moments du eigentlich in deinem Wallet hast. Nun kommen wir zu einer Ankündigung, die mich persönlich jedenfalls sehr gefesselt hat. Und zwar hat Sony nämlich ein Patent angemeldet für NFTs. Und für eine Plattform, die spieleübergreifend NFTs anwenden kann. Und das ist natürlich super spannend. Denn ja, damit wird es nicht nur möglich, sozusagen hier NFTs in einem Spiel zu benutzen, sondern das wirklich spieleübergreifend im gesamten Ökosystem zu machen und seine NFTs dorthin zu transferieren, wo man halt möchte. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Und interessant ist, dass Sony tatsächlich hier das Problem angehen möchte. Das Spannende hierbei ist, dass Sony das nicht nur, wie gesagt, auf ihr eigenes Ökosystem begrenzen möchte, sondern zum Beispiel hier die Konkurrenz auch mit einschließen möchte, wie zum Beispiel Microsoft, Nintendo, VR, AR-Technologie, Smartphones und sogar unterschiedliche Betriebssysteme wie Linux oder Microsoft als Teil des Systems sozusagen zu nutzen und da NFTs überall hin zu transferieren, wo man dann halt möchte. Wie das genau jetzt funktioniert, das Patent, werde ich euch jetzt nicht erklären. Das ist ein bisschen zu kompliziert, aber das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass Sony hier diesen Schritt geht und das wird mehr oder weniger auch in Zukunft einen großen Einfluss auf Vivi haben. Denn wenn es möglich ist, natürlich hier seine Vivi-NFTs für Microsoft oder für Nintendo zu nutzen, es gibt ja immer noch die Spekulation, dass wir auf Vivi irgendein Nintendo bekommen können, dann wäre es natürlich auch sehr interessant, seine NFTs von Nintendo, von der Vivi-App, direkt zum Beispiel in das Nintendo-Spiel zu transferieren. Und das wäre natürlich super, super krass. Und was ganz klar ist an dieser Stelle und was jeder vielleicht bemerkt hat, Vivi muss dann eventuell sogar gar nichts machen mit Interoperability, sondern das wird Sony lösen, das Problem. Und dann wird man das einfach nur integrieren, eine Schnittstelle schaffen und dann war es das im Prinzip. Also ich denke mal, dass tatsächlich so Interoperability in Zukunft aussehen könnte, dass es hier über das Sony-Patent laufen wird. Ansonsten kommen wir noch zu einem Bild, was ich tatsächlich relativ missachtet habe, beziehungsweise übersehen habe. Und zwar hatte nämlich David Yu im AMA mit Binance ein Collectible im Hintergrund und das war nichts Geringeres als Astro Boy. Und das hatte unter anderem auch schon eine Connection zu Nintendo. Dementsprechend durch Spiele und so weiter könnte es hier tatsächlich auch sein, dass wir hier einen kleinen Hinweis auf Nintendo haben. Nichtsdestotrotz schauen wir uns auf jeden Fall erstmal kurz an, wer ist denn überhaupt Astro Boy für die Leute, die jetzt den Guten nicht kennen. Im Prinzip ist das eine Manga-Figur aus den 1950er Jahren und verkörpert Astro Boy den japanischen Traum vom menschlichen Roboter und ist im Prinzip wirklich eine absolute Ikone im Manga-Universum beziehungsweise auch in Japan generell. Also hier wirklich ein interessanter Charakter. Sollten wir Astro Boy nur selber als Collectible bekommen, wäre das natürlich auch schon ein sehr großer Schritt, denn damit würde man wahrscheinlich den asertischen Markt doch etwas mehr in die Vibi-App mit reinholen. Und als nächstes möchte ich gerne auf eine Statistik eingehen beziehungsweise auf eine Umfrage, die ich auf Twitter gemacht habe. Und zwar habe ich hier nämlich gefragt, wie es momentan aussieht mit eurem Omi-Token. Haltet ihr den momentan? Kauft ihr weiter nach? Seid ihr momentan immer noch bullish oder stimmt ihr eher dafür, dass der Token momentan stirbt? Und ja, das sind auf jeden Fall interessante Ergebnisse, womit ich persönlich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich persönlich kann auf jeden Fall dazu sagen, ich kaufe momentan nicht nach. Ich halte meine Position von über 2 Millionen Omi. Ich werde dazu aber in den kommenden Tagen auch nochmal ein weiteres Video releasen, wo ich nochmal näher auf dieses Thema und meine eigene Meinung drauf eingehe. Schauen wir uns doch erstmal aber auf jeden Fall hier diese Statistik ganz kurz an. Insgesamt haben über 330 Leute hier an dieser Umfrage teilgenommen und insgesamt, wie gesagt, gab es vier Ausmahlmöglichkeiten. Token is dying ist momentan bei 19%. Das heißt, 19% der Leute haben dafür gestimmt, dass sie der Meinung sind, dass der Token gerade stirbt. Insgesamt nur 21%, also nur gerade mal 2% mehr, haben dafür gestimmt, dass sie immer noch bullish sind auf das Projekt. Und über 50% haben hier gerade so gestimmt, dass sie ihre Position halten, aber an dieser Stelle auch nichts verkaufen in dem Sinne. Und ja, 9,5% haben gesagt, sie halten keine Omi, aber das ist an dieser Stelle unrelevant. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass es hier doch mittlerweile knapp 20% gibt, wie gesagt, von diesen 330 Stimmen in etwa, die hier sagen, der Token stirbt. Und das ist meiner Meinung nach tatsächlich auch so ein bisschen der Fall. Da einfach zu wenig um diesen Token passiert. Schauen wir uns mal ganz kurz überhaupt den Omi Kurs mal selber an, denn der ist nochmal ordentlich abgerutscht. Momentan nochmal bei minus 1,5% und ja, wir sind schon wieder hierbei in der Marke angelangt, wo ich gehofft habe, dass wir nicht nochmal hinkommen. Aber momentan sind wir bei 3,08, also 0,008. Und ja, wir sind hier wirklich wieder auf einem schönen Weg nach unten, wenn man das so möchte, beziehungsweise schön ist das anderes. Ja, und wie man hier sieht, es ist wirklich eigentlich ein Trauerspiel. Wir sind hier wirklich konstant am Abfallen und auch das Vertrauen in den Omi-Token, beziehungsweise in die Firma Ecomi, sinkt stetig. Da einfach um das Thema UUP, beziehungsweise um ein Utility-Programm einfach zu wenig passiert. Und kommen wir übrigens nochmal auf, ein kurzes Feedback zu sprechen, denn ich bin ja im MCP-Beta-Programm drin und ich kann auf jeden Fall zum momentanen Zeitpunkt sagen, es funktioniert eigentlich bei mir jedenfalls alles relativ gut. Nur die Punktezählung, habe ich manchmal das Gefühl, ist noch nicht so ganz korrekt. Aber was auf jeden Fall positiv ist, dass neue Punkte täglich jetzt auch hinzugefügt werden zu meiner Balance und dementsprechend, also hier auf jeden Fall die Zählung richtig ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es dann insgesamt noch hingehen wird mit den Ranks. Momentan lanciere ich auf Diamond 1, das ist schon relativ hoch. Danach kommt eigentlich nur noch Master und Master Collector. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es dann auf jeden Fall sich in Zukunft noch einreihen wird bei mir, denn umso mehr User dazukommen, umso größer wird natürlich auch das Spektrum und dann wird sich das Ganze auch nochmal unterschiedlich verteilen mit den Rängen. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten V-Videos für heute. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich für riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir doch einen wunderschönen Morgen, bitterkult Abend. Bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.